Die Bäckerei Vikram besichtigt die Bäckerei von Jörg und Judith. Viele Leute interessieren sich für unsere Bäckerei. Wir verkaufen sie sehr billig. Weil wir uns scheiden lassen. Oh, das tut mir leid. Musst du allen von unserer Scheidung erzählen? Warum nicht? Ich bin nur ehrlich. Also, bei mir ist ihre Bäckerei in guten Händen. Der Ofen ist großartig. Ja, in diesem Ofen haben wir viele. Kekse gebacken Ich kenne ihre Kekse. Sie waren so lecker. Haben Sie diese Küchenmaschine für die Kekse benutzt? Ja, ich habe sie auch immer für Judiths Lieblingskuchen benutzt. Das Rezept war von meiner Oma. Sie waren bestimmt ein tolles Team. Das waren wir. Oh, ja. Das finde ich auch. Judith, kann ich einen Moment mit dir allein sprechen? Ein paar Minuten später kommen sie zurück. Wir haben gerade etwas entschieden. Sie lassen sich nicht scheiden? Oh, doch. Wir lassen uns. Auf jeden Fall scheiden. Unsere Ehe war ein Albtraum. Aber wir haben eine erfolgreiche Bäckerei. Also wollen Sie sie nicht mehr verkaufen? Nein. Aber Sie können immer kommen und unsere berühmten Kekse essen. Essen Lecker Rezept Rezept Ehe Ehe Untertitelung des ZDF, 2020